Was sind parallele Welten? Wir haben bereits darüber gesprochen, dass die materielle Welt eine Art Schule, also eine Art Trainingssimulator darstellt, in dem wir bestimmte Lektionen gelehrt bekommen und in dem wir evolutionieren. Dieser Trainingssimulator ist so vollkommen, dass keine einzige Gelegenheit ausgelassen wird, sowohl positive als auch negative Erfahrungen zu sammeln. Nehmen wir an, der Mensch kommt auf seinem Lebensweg zu einer Gabelung. An dieser Gabelung kann er entweder nach rechts oder nach links abbiegen. Er kann also auf zwei verschiedene Weisen handeln. Und nehmen wir an, dass er den rechten Weg einschlägt, dann wird sich sein Schicksal dementsprechend entwickeln. Wenn er aber den linken Weg eingeschlagen hätte, dann hätte sich sein Schicksal ganz anders entwickelt. Und unsere Götter sind so mächtig und bedachtsam, dass sie der Jifatma die Möglichkeit geben, ihr Bewusstsein sozusagen aufzuteilen in zwei verschiedene Bewusstseinskörper. Und es entsteht eine parallele Welt. Das heißt, es entsteht genauso eine Welt für den linken Weg an der besagten Lebensabzweigung. In der einen Welt hat die Jifatma den rechten Weg eingeschlagen und in der anderen Welt hat sie den linken Weg eingeschlagen. Es ist immer noch dieselbe Jifatma, aber sie hat bereits Körper in unterschiedlichen Welten, die in verschiedenen Zeit- und Raumkoordinaten existieren. Die Jifatma ist noch dieselbe, es ist noch dasselbe Ich. Aber die Höhlen, die sich zwar ziemlich ähneln, können sich bereits voneinander unterscheiden. Sie durchlaufen unterschiedliche Schicksale. Und in den Parallelwelten gibt es wiederum eigene Lebensabzweigungen. Deswegen teilen sich die Welten noch weiter auf. Es entsteht eine Vielzahl an Welten mit ihren eigenen Abzweigungen. Auf diese Weise entsteht eine Art Weltenfächer oder, wie er noch bezeichnet wird, Rose der Welt. Das heißt, keine Gelegenheit wird ausgelassen, wo die Jifatma eine bestimmte Lebenserfahrung sammeln kann. Wenn sie in irgendeiner dieser Welten zu einer Abzweigung kommt, wo sie eine wichtige Lebensentscheidung trifft, dann entsteht gleichzeitig eine parallele Welt, wo sie die entgegengesetzte Wahl trifft. Das heißt, diese Welt ist vollkommen. Man kann diese Welten mit den Blättern in einem Buch vergleichen. Wenn sich die Blätter nebeneinander befinden, dann unterscheidet sich der Handlungsinhalt oder der Informationsinhalt dieser Blätter nur wenig voneinander. Denn die Geschichte in diesem Buch entwickelt sich in einer bestimmten Reihenfolge und mit einem bestimmten Handlungsverlauf, der sich von einem Blatt zum nächsten weiterentwickelt. Aber je weiter sich die Buchseiten voneinander befinden, desto stärker unterscheidet sich der Inhalt auf diesen Seiten. Genauso verhält es sich mit den Gabelungen in den parallelen Welten. Je weiter sich die Gabelungen abzweigen, je weiter sich die Welten teilen, desto unterschiedlicher entwickelt sich das Schicksal der Jifatma in diesen Welten. Und auf diese Weise bekommt die Jifatma eine sehr umfangreiche Erfahrung in ihrem Leben in der Jif-Welt. Das heißt, die Welt, in der wir leben, ist ein idealer Trainingssimulator, wo wir vollumfänglich Erfahrung sammeln können. Diese parallelen Welten befinden sich in der Jif-Welt, aber sie haben unterschiedliche Raum-Zeit-Koordinaten. Das ist eine Verschiebung im Raum und in der Zeit. Das heißt, das alles findet hier und jetzt statt. Es gibt also eine Vielzahl an Welten, wo genau solche Körper wie diese existieren. Die Jifatma ist überall die gleiche, aber die Erfahrung in den verschiedenen Welten unterscheidet sich, damit die Jifatma eine vollumfängliche Erfahrung sammeln kann. Dieses Thema wird heute in vielen unterschiedlichen Filmen behandelt. Dazu gibt es beispielsweise einen sehr interessanten Film mit dem Titel Butterfly Effect, den es heute bereits auf DVD zu kaufen gibt. Oder es gibt den Film Interstate 60, das ist auch ein guter Film zu diesem Thema. Oder da gibt es auch diesen Film und täglich grüßt das Murmeltier, wo dieses Thema ebenfalls behandelt wird. Wenn man sich also in diese Thematik vertiefen möchte, dann kann man sich diese Filme ansehen. Die Regisseure dieser Filme haben von der Thematik der parallelen Welten eindeutig Kenntnis gehabt und haben versucht, dieses Thema von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten.